So, egal ob Sie Probleme mit dem Knie, mit der Hüfte oder mit dem Rücken haben, diese Übung, das sogenannte Bridging, ist für jeden geeignet. Sie legen sich auf den Boden, legen Ihre Füße entweder auf einem Hocker, einen Stuhl oder auch auf das Sofa im 90 Grad Winkel, wenn möglich. Auch hier Bauch wieder ansparen, Becken aufrichten. Zunächst können Sie erstmal beide Beine nutzen und heben das Gesäß langsam nach oben und ganz langsam wieder nach unten. Ohne den Boden zu berühren, geht es gleich wieder aufwärts. Wenn Ihnen diese Übung zu leicht wird, dann können Sie das auch einbeinig machen. Das andere Bein anheben und auch hier wieder langsam das Gesäß hochheben und langsam wieder absetzen. Wird Ihnen das wiederum zu leicht, können Sie beide Arme noch mit anheben, müssen mehr stabilisieren im Rumpf und heben hier wieder langsam Becken an und legen es langsam wieder ab.